Junkfoodtaster.com Jetzt gibt es Dr. Oetker Rotkürze Bourbon Vanille Sauerkirsche, Himbeere, Johannisbeere, schwarze Johannisbeeren und Du Ganz wichtig Die haben einmal Bourbon Vanille Aroma Und dann gemahlene extrahierte Vanillenschoten Das heißt die haben hier tatsächlich echtes Zeug reingeknallt Jedenfalls teilweise Nährwerte Und wie fehlt hier die Nährwertabelle Einmal die Kalorien Ok 8% Meines Tagesbedarfs decke ich jetzt Ok 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 Jeden Tag auf Facebook gibt es das legendäre Junkfoodtaster-Facebook-Quiz, also meldet euch da an und dann, wenn dann auf einmal da steht, what product is es, schnell antworten, dann gewinnt ihr vielleicht auch irgendwann mal. So, jetzt also die, jetzt zerbreche ich das jetzt in der Mitte, kann man das in zwei Teile brechen? Naja. So, und werde ich versuchen das Rote erst auszulöffeln, ok, etwas dünnflüssig, ja, aber ganz amtlich würde ich sagen, ja, ordentlich Stückchen von dem ganzen Zeug, was ich vorgelesen habe. Jetzt die Soße dazu, jawoll, das mache ich jetzt ins Glas, um es besser zu sehen, beziehungsweise damit ihr das besser sehen könnt, mir bringt das nicht so viel, das ins Glas zu machen. Ja. Fantastisch. Unglaublich fruchtig. Perfekt. Ja, super Zeug. Aber die Frucht dominiert jetzt, schmeckt man nicht mehr, dass es Vanille ist, weil die Frucht ist auch so ein bisschen sauer, aber ist okay, dominiert ziemlich stark. Gut, win. Okay, jetzt muss ich es den Englern erzählen, jetzt werden die traurig. Wenn ich es nicht auf Englisch erzähle, werden die Englern traurig und wenn ich es nicht auf Deutsch erzähle, werden die Deutschen aggressiv. Also gibt es ein Thema Kultuurunterschied. Okay, ich habe jetzt ein Milch-Based Produkt, oder ist es Milch-Based? Vanilla Cream. Und es ist called Red Grits. Und es bedeutet, dass Sie haben Fruits. As you can see, you have Fruits in some sort of state. I'm so proud of my sentences, sorry guys. In German it's far better, but in English I'm a noob. Okay, and this stuff is featured by different Fruits. Look at this. Yeah. Strawberry, Cassis, Red Cassis, Black Cassis, and Raspberry. And Apple. Is this an Apple here? No, it's a Cherry. So all of the fruits, they make the Grits. And the special thing here is the Vanilla. So, this is now focused on the Vanilla. As you can see here, they used natural Bourbon Vanilla aroma. But this wasn't enough. They used ground Vanilla. Real Vanilla stuff. Oh god, I still have no translation for shoten. I won't do it now. Yeah. So it's a mixture of like aroma and the real stuff. But you can taste the Vanilla only if you eat it straight. Yeah. Yeah, very good. And if you mix it, the fruit dominates. Dominates. Yeah, it's very fruity. I think they also added a lot of sugar. It's very fruity. It's also sour. But it's okay. It has a very fresh. I feel you. Yeah. Okay. So, I hope you have similar products wherever you are. Yeah, I've got viewers all over the world. But it's like, the Gritze, I think it's a typical German product. So, thank you very much. So, thank you. Vielen Dank.